Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspieler erklärt und heute habe ich den zweiten Teil von einem Rank My Collection Video. Ich gehe durch meine gesamte Kollektion und sogar noch ein paar mehr Spiele durch und vergleiche die mit PubMeeple's Ranking Engine. Das sehen wir nämlich auch hier. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung unten, ist er verlinkt oder jetzt oben wird er auch angezeigt. Dann schaut euch den ersten Teil an und kommt dann zurück. Hier mache ich es quasi weiter mit der zweiten Hälfte. Ich werde jetzt gar nicht mehr so auf die Spiele intensiv eingehen, das habe ich hauptsächlich im ersten Video gemacht, aber hier ist natürlich am Ende der große Reveal, wie denn meine Liste dann aussieht. Ich habe gerade eben einmal aus Versehen auf Undo geklickt, das heißt wir müssen das letzte Ranking von eben nochmal machen. Ich glaube, ich hatte Pillars of the Earth geklickt. Ja, schauen wir mal. Genau, dann gehen wir weiter im Ranking. Genau, immer rechts und links zu vergleichen. Ich erkläre es jetzt doch noch einmal, trotzdem einmal, falls die, die jetzt das erste Video nicht gucken wollen. Genau, immer rechts und links, wir vergleichen und dadurch geht quasi diese Ranking Engine einmal durch und erstellt mir am Ende dann eine gesamte Liste. Genau, dann würde ich sagen, da ist auf jeden Fall Clank ganz vorne. Hier würde ich dann aber Welcome to sagen, cooles Flip and Ride. Hier wäre ich tatsächlich mal für Marvel United. Da habe ich schon länger geplant, mal ein Video von zu machen, das kann man nämlich auch sehr gut Solo spielen. Dann hier finde ich auch Nidale Velir, glaube ich besser. Wie gesagt, hauptsächlich hier bei dem Spiel ist so ein bisschen der Solitär-Aspekt mir ein bisschen zu stark. Die Hoffnung ist, mit der Erweiterung, wo es dann Awards und sowas gibt, dass es dann ein bisschen besser wird, aber genau, da würde ich Nidale Velir sagen. Hier dann aber Aerial Expedition. Hier würde ich Namiji sagen. So ein schön entspanntes Vier-Personen-Spiel, äh, Fünf-Personen sogar. Dann hier würde ich Urikalkum sagen, tatsächlich. Hier würde ich Pandemic Legacy sagen. Ich bin gerade dabei, Season 0 durchzuspielen. Ich finde es auch ganz gut, aber ja, wie gesagt, ich habe fast zu viel Pandemic schon gespielt. Dann würde ich hier sagen, so ein Adventure-Game hätte ich schon nochmal Lust zu. Bei den beiden würde ich Zombicide sagen. Hier würde ich At the Gate of the Lojang sagen. Also ich finde konzeptionell Wavelength interessanter als Just One, aber irgendwie funktioniert Just One irgendwie doch besser. Deswegen gehe ich mit Just One. Äh, ja, hier gehe ich auf jeden Fall Frost Haven. Wie ihr vielleicht auf Instagram mal gesehen habt, da poste ich immer monatlich meine, welche Spiele ich wie gespielt habe. Also Frost Haven die letzten Monate. Also ich spiele es extrem viel und ich finde es, ich, jedes Mal wenn ich ein anderes Spiel spiele, denke ich, ach, ich könnte auch wieder Frost Haven spielen. Aber, genau, deswegen aktuell. Auf jeden Fall sehr weit oben. Hier würde ich tatsächlich Size sagen. Oh ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den ganz, ganz oben Spielen. Bei den beiden, ich glaube, ich würde tatsächlich Spirit Island sagen. Cloud Spy ist schon echt Overhead. Also auch schon echt viel Lesen und so. Aber es ist das Wert. Deswegen ist es besser als Icky. Hier würde ich Beyond the Sun sagen. Hier würde ich auf jeden Fall Icky sagen. Da soll auch eine Erweiterung bald rauskommen, habe ich irgendwie gehört. Also nicht, dass ich sage, Erweiterungen sind immer toll und man muss alle Erweiterungen haben. Aber finde ich zumindest immer interessant. Und man informiert sich zumindest. Bei den beiden würde ich eher uns eins sagen. Hier würde ich Conspiracy sagen. Hier würde ich Coverner sagen. Hier würde ich Kathograf sagen. Dann würde ich aber Katan, das Kartenspiel sagen. Dann würde ich sagen, QE. Hier auf jeden Fall Love Letter. Time Stories hat mir ja nicht so gut gefallen. Bei den beiden würde ich Mage Knight sagen. Smartphone-Ink so ein bisschen abhängig wird davon, welche Technologien man ausgelegt. Da hatte ich ein paar, das hat einfach richtig gut geklappt. Ein paar Kombinationen, dann war das Spiel irgendwie nicht so gut funktioniert. Deswegen, glaube ich, gehe ich für Simon & Stuhl. Aber hier dann für Smartphone-Ink. Bei den beiden Spielen gehe ich eher zu Chirol. Hier eher Core. Auch ein cooler Dice-Placement-Mechanismus. Oder nicht Placement, aber ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben würde. Man würfelt und abhängig davon, was man würfelt, kann man bestimmt Aktionen machen. Hierbei würde ich Simon & Stuhl als Architekt sagen. Bei den beiden Sachen würde ich Tang Garden sagen. Genau, das will ich unbedingt nochmal spielen jetzt. Kingdom Rush oder Q. Ich würde, glaube ich, Q sagen, aktuell. Die beiden, ja, beide kooperative Spiele. Aber das ist sehr viel thematischer. Das ist ein bisschen involvierter vielleicht. Aber hier nehme ich Fantastic Factories. Bei den beiden Sachen, ich nehme Russ Arcana. Dann würde ich sagen... Ich nehme mal Deception. Aber ich bin so ein bisschen von Social Deduction nicht mehr ganz so der größte Fan von. Aber Deception ist schon ganz gut. Dann würde ich hier aber jetzt Kingdom Rush sagen. Hier würde ich Silver & Gold sagen. Das habe ich nämlich tatsächlich auch noch. Burglar Bros. haben wir gar nicht. Oder habe ich gar nicht mehr. Dann würde ich hier Cthulhu Death's Mad Die sagen. Bei den beiden würde ich Hanami Koji sagen. Das ist ein cooles I Cut You Choose Spiel für zwei Leute. Bei den beiden würde ich auch Journey in Middle Earth sagen. Und hier auch Cold Super Express. Aber hier würde ich jetzt mal die Burglar Bros. nehmen. Hier würde ich Honey Buzz nehmen. Hier würde ich Exit nehmen. Hier würde ich World Without Ends nehmen. Eher möchte ich so ein bisschen, was mir der deutsche Name nicht anfällt. Also die ganzen Namen sind natürlich von BGG übernommen. Deswegen alles auf Englisch. Hier würde ich den Football Manager nehmen. Hier würde ich Carcassonne nehmen. Also das bin ich mir relativ sicher, wird ganz unten landen. Dann da würde ich trotzdem Citadelers nehmen. Schwere Entscheidung. Revive oder Castle of Bourgen Bee. Beide finde ich extrem gut. Ich würde eigentlich sagen, beide sind in meiner Top 10. Aber mittlerweile glaube ich, da sind schon mehr als 10 Spiele in meiner Top 10. Ich freue mich echt auf die neue Version aus. Einfach nur, weil es dann halt ein bisschen hübscher aussieht. Und Revive ist schon echt auch viel Zeug. Und Castle of Bourgen, die ist schon noch ein bisschen eleganter, finde ich. Du hast die zwei Würfel nur. Du würfelst die, machst dann genau die zwei Aktionen. Das ist schon so ein bisschen einfacher. Revive hat aber vielleicht coolere Mechanismen. Fühlt sich auf jeden Fall belohnender an. Ich gehe gerade ganz knapp mit Castle of Bourgen Bee. Aber wahrscheinlich, wenn ich morgen gefragt werde, dann nehme ich Revive. Hier nehme ich Great Rest on Trail. Hier nehme ich glaube ich tatsächlich Infinity Gauntlet. Das ist schon ganz witzig. Du kannst halt dann einer gegen mehrere spielen. Also einer ist Thanos, die anderen sind die Helden. Ich finde es schon echt eigentlich ganz gut. Wingspan oder Infinity Gauntlet. Also wie gesagt, ich habe es ganz neu. Deswegen überestimate ich das wahrscheinlich gerade. Aber, oder ranke ich das gerade höher. Hier würde ich tatsächlich Wingspan nehmen. Hier nehme ich Hadara. Hier nehme ich glaube ich, ich muss glaube ich echt nochmal Camet spielen. Vor allem, dass das die neue Version habe ich noch gar nicht gespielt. Das war noch die alte Version. Hier würde ich auch Cascadia tatsächlich nehmen. Hier würde ich auch Max vs. Minions nehmen. Hier nehme ich King of Tokyo. Wie gesagt, nicht der allergrößte 2mini-Bones-Fan. Ich fand es ein bisschen zu bestrafen tatsächlich für meinen Geschmack. Gerade wenn man anfängt und man dann gegen wen kämpft. Und dann verliert man irgendwie, weil man vielleicht auch schlecht gewürfelt hat. Oder zumindest das Gefühl hat. Und dann wird einfach das nächste Szenario schwerer. Oder der nächste Kampf wird schwerer. Und wenn man dann verliert, dann kann man schon ganz aufhören. Weil da ist man so weit zurück. Also es wird quasi schwerer, je mehr man verliert. Und dann ist halt so ein bisschen, es gibt ja nicht so einen Catch-Up-Mechanismus in einem Adventure. Aber trotzdem die Charaktere, die da sind, sind schon echt gut gemacht. Hier würde ich Samonaus sagen. Genau, das sind sehr ähnliche Spiele. Also es ist quasi dasselbe. Quasi, quasi. Also das benutzt zumindest dasselbe System. Das Star Wars Imperial Is Sold. Also die Würfel sind teilweise sogar genau gleich oder fast gleich. Genau, hier ist halt das Star Wars Thema. Ich finde tatsächlich Fantasy eigentlich besser vom Thema. Als Sci-Fi. Oder als Star Wars. Ich bin noch nicht der größte Star Wars Fan, aber ich nehme mal Descent. Hier würde ich dann Spice and Nice nehmen. Hier würde ich Crime City nehmen. Hier würde ich Imperial Is Sold nehmen. Dann haben wir hier... Ich nehme würde ich... Ja, na, Wizard. Habe ich echt viel gespielt auch. Ich nehme mal Woops Edge. Hier würde ich aber Wizard nehmen. Dann würde ich hier Jump Drive nehmen. Also ich bin nicht der größte Disney Villainous Fan. Ich würde sogar Spot It nehmen, glaube ich. Ich würde aber eher Disney Villainous als Giganten. Aber eher Giganten als Imperium. Und auch eher Timelines als Imperium. Hier bin ich auf jeden Fall bei Ark Nova. Dann bin ich aber bei Roll for the Galaxy. Dann bin ich auch hier bei Dune Imperium. Da sollte bald meine Erweiterung ankommen. Bzw. vielleicht habt ihr das Unboxing schon gesehen, wenn ihr das Video seht. Dann mal Remix. Dann Rise of the Gungas. Dann noch Legendary. Vielleicht sogar Mindpack. Nee, Jamison. Trails of Tucana. Naja, Mindpack ist schon einfach so schnell, um gut zu spielen. Ist schon echt clever gemacht. Dann Trails of Tucana. Anno 1800. Underfalling Skies. Seasus Empire. Würde ich auch noch besser sehen. Da habe ich immer Lust drauf. Dann Acordica. Bei den beiden würde ich, glaube ich, nochmal Marvel Champions probieren wollen. Bei den beiden würde ich tatsächlich Andor nehmen. Ja, ist schwer. Also Andor, wie gesagt, habe ich einfach immer die Legenden durchgespielt. Aber ich habe auch jetzt das zweite Andor nicht gespielt. Es gibt so ein drittes und viertes noch. Ich nehme Andor. Dann Flashpoint wahrscheinlich. Ja. Bei den beiden Sheriff of Nottingham. Hier dann Targi. Bei den beiden würde ich tatsächlich 5-Minute Dungeon nehmen. Ja. Ja. Hier würde ich Imperial Settler nehmen. Hier auch Pillars of the Earth. Ich würde tatsächlich hier Katar nehmen. Small World reizt mich gerade so gar nicht mehr irgendwie. Ich weiß auch gar nicht wieso. Hier nehme ich Frosthaven. Bei den beiden nehme ich Scythe. Dann nehme ich hier auch Spirit Island. Dann nehme ich aber hier Clank. Hier nehme ich aber Klotzbeier. Ach, auch schwer. Ja. Also Welcome to. Ich habe jetzt auch Welcome to the Moon gespielt. Das ist auch sehr gut. Und es kommt jetzt auch nochmal, glaube ich, eine Essential Edition von Welcome to raus. Also nochmal eine neue Edition. Das kann man halt echt einfach mit vielen Leuten spielen. Aber ich glaube, wie interessant finde ich auch schlecht. Da habe ich richtig nochmal Lust zu. Hier nehme ich dann Welcome to. Ja, das ist schwer. Hier nehme ich dann Icky. Dann nehme ich eher ins End. Hier nehme ich dann Marvel United. Hier nehme ich Niedelblia. Bei den beiden bin ich dann für Conspiracy. und hier für das Expedition. Und hier für Namiji. Dann bin ich hier für Uricalcum. Das ist echt ganz gut. Panemic Lexi würde ich sagen. Dann bei den beiden Gewöhner. Ja, ich würde Gewöhner sagen. Hier würde ich Adventure Game nochmal nehmen. Sagt mir mal Bescheid, wenn ihr eins gespielt habt, was ihr richtig gut findet. Von den Adventure Games. Weil, genau, ich hatte irgendwie das Hotel und das mit dem Hochhaus. Oder also mit der Chemie-Firma oder so. Also eine große Firma. Die beiden fand ich nicht so gut. Dann hier auf jeden Fall Zombie-Side. Hier würde ich Gates of Lu Yang. Kartograf hat sich ein bisschen abgenutzt und ich finde einfach so viele andere Roll and Rides oder Flip and Rides besser. Das heißt so viele andere, aber zumindest so genug, dass ich das irgendwie auch nicht mehr so richtig spielen will. Hier nehme ich auch Just One, weil ich das auch echt viel gespielt habe. Hier nehme ich aber Kartograf. Wavelength ist halt sehr abhängig von der Gruppe, mit der man spielt, würde ich mal sagen. Ich würde sogar mal das Kartenspiel nochmal spielen. Aber hier, ach, ja doch. QE würde ich auf jeden Fall spielen. Und hier dann Wavelength. Castle of Burgundy. Wird immer scherl. Ja, Mage Knight ist auch so ein Spiel, das ist halt schon echt richtig gut, aber da muss man echt, ich muss, ich würde das auch nochmal, ich werde das auch irgendwie nächste Woche oder so nochmal spielen. Oder im nächsten nochmal spielen. Da muss ich mich echt nochmal einlesen, ein bisschen. Deswegen gehe ich auf Revive. und hier auch auf Great Rift and Trail. Aber hier gehe ich auf jeden Fall auf Mage Knight. Und hier auch auf jeden Fall Sam Wunderstuhl. Hier gehe ich auch auf Smartphone Inc. Hier gehe ich vielleicht sogar auf Infinity Gauntlet. Hier gehe ich auf Wingspan. Hier gehe ich auf Hadara. Hier gehe ich aber auf Sushi Roll. Ich bin ja gespannt, wie oft man sich auch dann widerspricht, sage ich mal. Das ist sicherlich schon einmal vorgekommen. Oder ein paar Mal. Dann würde ich hier sagen, Chemit. Hier sage ich Cora. Hier sage ich Seven Wonders Architects. Hier sage ich Ten Garden. Hier sage ich aber Cascadia. Da soll ja auch eine neue Erweiterung rauskommen, weil das geht ja. Wobei, da weiß ich gar nicht, ob das eine Erweiterung braucht. Hier würde ich Maxwell's Minions sagen. Und aber hier dann ja auch King of Tokyo. Dann auch Kubitos. Dann noch Sentry. Hauptsächlich, weil man das auch recht wirklich mit ihm spielen kann. Hier eher Coup. Okay, interessant. Der Vergleich. Würde, glaube ich, hätte ich noch mal mehr Lust auf Robinson Crusoe, weil es auch ein bisschen einfacher ist, reinzukommen. Bei Too Many Bones, wie Chip Theory Games halt. Da muss man sich einarbeiten. Hier Ress Arcana. Hier Too Many Bones tatsächlich. Deception und Ticket to Ride. Deception bei Hong Kong. Ticket to Ride. Ich würde mal Ticket to Ride sagen. Und hier wahrscheinlich Seven Wonders. Hier aber Deception. Hier auch Kingdom Rush. Hier Silver and Gold. Hier ehrlich gesagt hauptsächlich, weil ich Cthulhu noch nicht alle Szenarien und sowas gespielt habe. Ich glaube, wenn ich mit Cthulhu definitely alle Szenarien und sowas gespielt habe einmal, dann wobei das hätte nicht so eine richtige Kampagne, dass man sagt, okay, am Ende ist es vorbei. Man kann ja eigentlich jedes Szenario beliebig oft spielen. Das ist ja bei Deception ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall Cthulhu. Hier auch Hanamekoji. Ja, das ist auch so ein bisschen, das ist irgendwie der Nachfolger auch von ihm. Also indirekt zumindest. Und ich finde das Thema auch besser. Hier würde ich auch Cold Super Express sagen. Ne, ich nehme mal Descent. Hier nehme ich Cold Super Express. Hier würde ich sagen Spice and Lies. Das ist schon ganz cool. Das Zweispieler-Spiel. Hier würde ich Burglar Bros sagen. Hier würde ich Honeypass sagen. Hm, naja, das sind beides so Serien, von denen ich einfach zu viel gespielt, oder was heißt zu viel gespielt habe, aber wo ich so ein bisschen, ja, weiß nicht mehr, das Neueste mir holen würde unbedingt. Ich würde aber Crime City sagen. Das kann man wenigstens danach noch auf jemandem anders geben. Dann Imperial Assault. Warps Edge. Ja, ich würde auch Wizard nochmal spielen. Ich würde auch glaube ich Jump Drive, ja, wobei so ein Fortnite X würde ich glaube ich eher als Jump Drive spielen. Da Ultra Hot Ends. Auch eher Eleven. Ja, so ein Solo-Spiel würde ich schon nochmal spielen. Hier vielleicht auch Carcassonne. also Jump Drive ist jetzt ich spiele das auch öfters nochmal, aber ist eher so, weil die anderen das spielen wollen, spiele ich das auch mal mit und ist auch okay, aber ich selber würde das jetzt nicht unbedingt vorschlagen. Aber erst Citadels. Spotted. Dann Citadels. Disney Villains spiele ich auch eigentlich nur zu zweit. Ich habe das auch, wenn man das mit mehreren spielt. Ich weiß gar nicht, ob man bis zu sechs spielen kann. Ich hoffe nicht. Also das dauert dann extrem lang. Aber das ist Neville-Ness und hier Giganten und auch Timelines. Und das ist tatsächlich aber ich glaube das ist fast nicht fair. Wobei mich würde mal interessieren ob hier überhaupt ich habe das ja als Kind damals gespielt. aber ich mache mal so. So ja jetzt sind wir wieder oben angelangt. Jetzt geht es wieder mit den ganz schweren Entscheidungen weiter. Das ist Frosthaven. Das ist auf jeden Fall Ark Nova. Das ist tatsächlich War for the Galaxy. Das ist tatsächlich Scythe. Das ist Dün Imperium. Das ist Spirit Island. Das ist Marvel Remix. Also wenn ich jetzt hier mit reinrechne dass ja ein Clank Legacy 2 rauskommt was ich auf jeden Fall spielen will weil das erste haben wir schon gespielt in der vierer Gruppe in derselben werden wir dann auch das zweite Legacy spielen. Wenn ich das jetzt hier mit reinrechne ist das auf jeden Fall vorne. aber ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht ich weiß ja gar nichts über das zweite. Deswegen nehme ich mal ja doch ich nehme mal Clank. Hier nehme ich aber Marvel Remix. hier nehme ich Rise of the Gungis hier nehme ich aber Cloud Spire hier nehme ich auch Beyond the Sun aber hier nehme ich Marvel Deckbuilding Gang ich bin auch glaube ich einer der wenigen die das hier noch so hoch rankt. Im Vergleich zu neueren Deckbauspielen ist das halt schon einfach merkt man dass das ein bisschen älter ist aber ich habe da so eine Vielfalt an Karten und an Gegnern die ich kämpfen kann das ist schon echt cool. Champions of Midgard dann Welcome to auch nicht einfach ich will Welcome to tatsächlich nehmen hier will ich auch Iki nehmen und hier auch Eons End hier aber mein Bug hier Trials of Tukana hier ja hier nehme ich Marvel United hier nehme ich Niederwilliger hier nehme ich Anno dann bei den beiden na ich würde Konstantin glaube ich nehmen dann Underfalling Skies also ja Aeris Expedition ist halt echt solitär wenn das nicht wäre dann fände ich das deutlich deutlich besser aber also ich finde es immer noch sehr gut das hört sich immer so an ich finde eigentlich so die über die Hälfte hier finde ich wirklich sehr gut dann Namiji Orecalcum Aquatica ist so ein bisschen finde ich immer noch gut aber ist ein bisschen gesunken no pun intended da nehme ich Aquatica hier nehme ich Cavernor hier würde ich Marvel Champions tatsächlich nochmal spielen wollen hier aber eher Adventure Games hier auch Zombicide bei den beiden Legends of Andor hier Flashpoint hier aber At the Gate of Lo Young hier 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 dann Katan das Kartenspiel dann QE dann Five Minute Dungeon dann Wavelength dann Imperial Cellars ich würde tatsächlich auch mal das Empires of the North gern spielen wollen das soll ja das alte so noch deutsch besser als das Imperial Settlers sein und zumindest ähnliche Mechanismen haben Pillars of the Earth hier würde ich Love Letter nehmen hier würde ich Katan nehmen hier Lord of the Rings genau das Time Story ist wie gesagt da eine nicht so gute Erfahrung aber besser als Key Forge Erfahrung hier nehme ich Frosthaven hier nehme ich Agnova Lord of the Galaxy Scythe Dune man denkt immer ja mit jetzt kann es eigentlich nichts besseres geben wie weit gibt es ja auch noch Spirit Island ist das knapp ich nehme das Spiel ein glaube ich Revive besser als Clank irgendwie ja Great Waste and Trail ist auch besser finde ich hier nehme ich aber Clank ja ich nehme auch noch Mabel Remix Mage Knight wie gesagt echt ein Biest World of the Gungis ja jetzt haben wir zwei Bieste ich muss fast sagen ich finde glaube ich ja also der Kartenmechanismus ist schon sehr gut bei Mage Knight aber die Fraktionsunterschiede die es gibt bei Cloud Spire sind schon auch sehr gut und das würde ich eher auch mal zu zweit oder das spiele ich auch oft zu zweit tatsächlich aber im reinen Solo-Modus finde ich wieder Mage Knight besser aber ich glaube ich nehme einfach mal Cloud Spire hier nehme ich aber Mage Knight dann nehme ich aber hier Beyond the Sun hier nehme ich was haben wir das tun hier nehme ich das Smartphone Inc ja wie ihr seht ein paar so ja ein paar Marvel-Spiele habe ich schon auf meiner Liste aber ich bin auch nicht übersättigt von den Marvel-Spielen ja wobei so langsam tatsächlich ich brauche jetzt auch nicht alles im Marvel-Universum Legendary Champion of Midgard Welcome to Ikki hier nehme ich Infinity konnte tatsächlich ernst enthält müsste ich echt nochmal spielen hier nehme ich sogar Mindbug hier nehme ich auch Trails of Tucano also gefühlt Wingspan bei mir schwankt ziemlich stark hoch und runter Nido Velir Anno 1800 spiele ich auch lieber Wingspan Hadara Sushi Roll Conspiracy Underfalling Skies Kemet CS Empire weiß ich nicht ob man das wirklich so alle zwei Wochen spielen spielen will ich glaube das ist so ein super Spiel was man mal so alle zwei drei Monate rausholt ja die sind tatsächlich relativ ähnlich so vom wann man sich spielen würde mit wem man sich spielen würde ich glaube hier finde ich ich finde tatsächlich Seven Wonders Architects sind ein Ticken besser den Garden hier würde ich Caesar's Empire nehmen hier nehme ich Air Force Expedition hier nehme ich auch mein Namiji das sind wir sehr knapp und Kalkum pandemic aber hier nehme ich Cascadia hier nehme ich Max vs. Minions hier nehme ich Kampfdruck das muss ich auch nochmal spielen hier nehme ich Kubitus Century Kuh Robinson Crusoe bei Robinson Crusoe habe ich auch lange überlegt ob ich mir da die neue Edition da holen soll das kann man wirklich sehr gut Solo spielen Fantastic Factories auf jeden Fall Besser Kano Aquatica Too Many Bones ne ich glaube tatsächlich Kavana bei den beiden Too Many Bones würde ich sagen Ticket to Ride Sam Wonders hier aber Marvel Champions Adventure Game und Zombicide also merkt der sortiert die schon echt so langsam in die richtige Reihenfolge ungefähr dann würde ich sagen dann würde ich sagen Deception dann bei den beiden Kingdom Rush ja Seven Gold Kthulhu Hanami Koji ich glaube Legend of Andorra finde ich tatsächlich vom Thema oder vom Feeling her ein bisschen cooler Flashpoint das zieht sich echt nur ein bisschen lang Superkult Express Spice and Lies Burglar Bros vom Thema und von der Aufmachung her ist Burglar Bros echt ziemlich gut Honey Buzz Micro Macro Crime City ja Tagi Tagi hat mich nicht ganz so abgeholt wie man hier vielleicht jetzt sieht aber er war es Wizard also Wizard habe ich auch einfach zu oft gespielt was haben wir hier Wizard oder Katan ja vielleicht kann ich das Kartenspiel spielen QE Five Minute Dungeon dann Wizard also Wavelength ja also mit der richtigen Gruppe ist das schon echt echt ziemlich gut besser noch kann ich gerade den deutschen Namen nicht von Wavelength hier Impulse Atlas hier Impulse of the Earth Love Letter also ja so ein Exit-Spiel ich habe mir auch das Heer der Ringe Exit-Spiel nicht geholt zum Beispiel wo man denkt ah ja nochmal so eine IP und so ist vielleicht mal ganz interessant hier kommen wir jetzt so in die Spiele die mich jetzt nicht besonders reizen und dann sollte ich gleich gut durch sagen glaube ich und dann gehen wir natürlich einmal noch die Top-Liste durch Giganten auch wenn ich die Ewigkeit nicht gespielt habe ja also wie gesagt wenn ihr Fans hiervon seid dann entschuldige mich gut dann ist das die Liste ich blende das natürlich kurz aus genau den Link schere ich natürlich gleich auch zur oder schere ich in der Videobeschreibung da könnt ihr das auch mal machen wie gesagt ihr braucht nur ein BGG-Account oder ihr könnt auch theoretisch Sachen selber abtippen aber mit BGG kann man natürlich dann die ja seine Kollektion quasi reinladen und dann auch darauf filtern man kann auch sagen nimm nur die Spiele die ich mindestens mit einer 7 bewertet habe 7 oder höher sowas in der Richtung aber genau schauen wir einmal rein King Arthur das schlecht bewertete Spiel was ich mal besessen habe wie gesagt war fast eher ein Spaß nur da ich das überhaupt mit reingenommen habe sag mir mal wenn irgendjemand das kennt würde mich mal interessieren Imperial Classic ja einfach irgendwie gar nicht funktioniert habe ich auch abgebrochen tatsächlich mal Keyforge war auch ist einfach auch nicht so meins die Idee ist natürlich mega cool mit den Decks das ist eine Villainous so die meisten Sachen hier sind wie erwartet Eleven relativ weit unten ja Small World bin ich mir wirklich nicht sicher wieso das so weit oder ja hätte ich keine Lust nicht so richtig Lust nochmal zu spielen muss ich sagen aber weiß ich auch gar nicht ich fand es auch nicht irgendwie schlecht also echt das hatte fand ich es auch tatsächlich ziemlich gut Love Letter Pirates of the Earth Pirates of the Earth das hat ja auch eine lange Zeit lang genau QE hatte ich bis vor kurzem noch das ist wie gesagt vielleicht richtig gut am Anfang kann ich auf jeden Fall mal empfehlen auch wenn das irgendeiner dabei ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung macht auch die ersten zehnmal Spaß aber für mich war es dann wirklich so also kann auch daran liegen dass ich mit den selben Leuten gespielt habe dass es dann irgendwie ähnlich immer verlaufen ist das Spiel an sich genau Kartograf Warp's Edge Star Wars Imperium Descent ja relativ weit beieinander Mikro Makro fand ich auch richtig gut das erste Spiel wäre sehr weit sehr viel weit oben aber habe ich dann einfach jetzt genug gespielt von brauche ich nicht ich denke mal in zwei drei Jahren hole ich mir vielleicht mal noch so ein Mikro Makro aber genau Honeybuzz auch ein bisschen gefallen über die letzten Monate Sheriff of Nottingham das habe ich tatsächlich auch noch genau Just One habe ich auch einfach sehr viel gespielt das ist auf jeden Fall ein super cooles Partyspiel aber genau während der Pandemie habe ich das wirklich mehrmals die Woche gespielt so ungefähr genau Descent und genau die beiden sind sehr direkt beieinander quasi finde ich auch sind halt auch ähnliche Spiele Flashpoint Fire Rescue das ist echt gut dass man das auch zu sechs spielen kann so ein kooperatives Spiel Cthulhu genau relativ weit unten tatsächlich wie gesagt wenn ich auch mal alle Szenarien hier gespielt habe von dem Cthulhu weiß ich auch nicht ob ich das behalten will das kann halt immer wir haben es halt meistens schon dass wir sagen irgendwie am Anfang irgendwas schief läuft wir würfeln falsch und dann wir sind tot wir haben verloren irgendwie in der dritten Runde und dann sagen wir eigentlich meistens ja gut sagen wir halt einfach du hast halt zwei Schaden nur einen Schaden für dich gewürfelt dann lebst du jetzt auch und dann spielen wir halt so weiter also das passiert irgendwie schon oft dass man einfach dann extrem früh sterben kann kann auch sein dass wir einfach nur zu schlecht sind äh zu schlecht sind dafür King Rush habe ich tatsächlich die Kampagne fast durchgespielt ähm die zumindest als großes Hauptspiel fand ich echt gut aber genau war dann irgendwann auch genug Marvel Champions würde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren ja Sam Wonders wie gesagt war mal von der Zeit mein absolutes Lieblingsspiel und das ist auf jeden Fall eins meiner meistgespielten Spiele auf jeden Fall meist gekauftesten Spiele das habe ich mehrfach gekauft Orecalcum das ist ziemlich neu und also also alles hier finde ich jetzt schon wirklich sehr gut würde ich fast sagen also hier gehen wir schon echt auch in den sehr guten Bereich ähm genau Tengaden müsste ich unbedingt nochmal spielen das sind wir und das Architekt eigentlich auch aber ich spiele aktuell eher wenig mit Leuten die das noch nicht so oft gespielt haben an der Folge Skies da muss ich unbedingt meine Kampagne noch zu Ende spielen das wollte ich auch eigentlich mal auf dem Kanal hier zeigen da genau schaut da mal ob ich das mal mache Sushi Roll quasi wie Sushi Go nur mit Würfeln ähm Hadara sehr cooles Draftingspiel hat für mich auch so ein bisschen Zermon das ersetzt Anno 1800 ist eher auf dem steigenden Ass tatsächlich ich habe es jetzt nochmal ähm letzte Woche vor letzte Woche gespielt und ähm echt gut First of Tukana auch ein super Spiel kannst du auch echt super mit jedem spielen Infinity Gauntlet ich glaube mein neuestes Spiel deswegen ziemlich hoch fast in den 20ern Ikki also jetzt kommen wir wirklich in die Spiele die ja meine Top 20 fast sind wobei wie gesagt das sind nur die Spiele die ich äh besitze oder ähm mal besessen habe Legendary Smartphone Inc Super Spiele auch zu fünft sagen wir mal Duel Beyond the Sun Mage Knight fast ein bisschen niedrig aber ja einfach daran liegt daran dass ich jetzt auch ein bisschen nicht gespielt habe und ich mich jetzt wieder wirklich einlesen muss aber genau finde ich interessant direkt neben Cloud Spire Raja of the Gungas super Dice Spiel wie gesagt ich finde es auch besser als das normale Raja of the Gungas bin ich glaube ich auch eher die Ausnahme ist halt so ein bisschen wie auch ähm ganz schön clever ähm wie das Roll and Ride aber ein bisschen kniffliger und ein bisschen mehr mehr dran sag ich mal Marvel Remix ist nicht mehr oder nicht in meiner Top 10 da hätte ich auch auf jeden Fall gesagt das wäre in meiner Top 10 Clank ist nur meine 10 also relativ niedrig das ist aber noch in meiner Top 10 Great Western Trail auch nur die 9 eigentlich aber ja Revive auch nur die 8 äh das sage ich jetzt wahrscheinlich bei allen Spirit Island super Solo Spiel habe ich auch noch mal richtig Bock drauf da werde ich auch auf jeden Fall noch mal Videos zu machen Cars is of Burgundy da kommt ja auch glaube ich mit der 9 Edition Solo Modus raus den werde ich auf jeden Fall dann zeigen da habe ich auch richtig Bock drauf Dune Imperium da werde ich auch noch mal Videos zu machen auch wenn die Erweiterung rauskommt also die Sachen so die wie gesagt hatte ich erwartet dass die alle so weit hoch sind Psy finde ich extrem cool und dann Nummer 3 World of War of the Galaxy das ist vielleicht die größte Überraschung äh für für euch das ist ja glaube ich nicht so ein Spiel was so hoch gerankt ist allgemein ähm aber ja ich finde es extrem gut wie gesagt ich spiele es auch fast nur zu zweit und wenn man das halt mit wem spielt der das halt auch so oft gespielt hat dann ist das so schnell runtergespielt und äh ja hat so ein bisschen was auch von den Variablenfähigkeiten wie ähm Terraforming Mars oder auch Ark Nova dass man halt irgendwelche Kombis aufbauen kann dass das dann gut mit dem funktioniert und jedes Mal wenn du irgendwie das baust kriegst dann auch was so Ark Nova und Frosthaven ja das hätte ich euch quasi vorher schon sagen können äh Frosthaven wie gesagt halt das Kampagnen Spiel gerade finde ich immer schwer wenn ich die Kampagne irgendwann dann mal in Jahren irgendwann durch habe finde ich dann schwer zu bewerten ich hatte auch übrigens äh Gloomhaven natürlich rausgenommen weil fand ich dann auch komisch irgendwie Frosthaven Gloomhaven und Jaws of the Lion irgendwie 1, 2 und 3 zu haben aber genau das spiele ich natürlich gerade am allermeisten und äh finde ich es auch richtig gut ja das war meine Liste dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen schreibt mir gerne auch in die Kommentare falls ihr mal das Ranking Engine gemacht habt und vielleicht auch was ich als nächstes ranken soll ich kann natürlich auch mal machen alle Spiele die ich eben nicht in meiner Sammlung habe aber schon mal woanders gespielt habe da würde ich wobei aber da würde ich dann vorselektieren weil sonst werden das zu viele und äh genau dann bin ich offen für Vorschläge ja dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal